Was geht mal los, die Fighter-Hosen hier und heute beginnt das Training in Dragon Ball Fighters, denn der liebe Rephazer hat mir sein Training angeboten, sag ich mal. Wir werden hier quasi jetzt folgendes machen, wir werden ein Video auf diesem Kanal haben, Freunde, und eins auf dem von Rephazer, der Link ist im Beschreibung, könnt ihr euch gerne abchecken. Wir werden jetzt nach und nach eben hier versuchen, mir das Spiel mal anzueignen, beziehungsweise zu trainieren. Raph hat mich angesprochen, würde das gerne übernehmen, vielen lieben Dank dafür auch. Immer wieder gerne. Genau, willst du gerne erklären, wie wir jetzt vorgehen werden? Ja, das kann ich gerne machen. Also, wir werden jetzt erstmal so einen ganz lockeren Kampf machen, damit ich halt ein bisschen sehe, wie du spielst. Genau. Und daraufhin werden wir dann zwar Matche starten, aber da geht es natürlich darum, dass ich dir ein paar Sachen beibringe, einfach nur. Leider, wir haben es versucht, aber leider gibt es keinen Online-Trainingsmodus, das wäre perfekt gewesen. Ja, das heißt, wir haben immer nur 300 Sekunden Zeit, aber das kriegen wir auf jeden Fall halt. Okay, perfekt. Ich habe auch genau dein Team ausgesucht. Genau. Und ich würde sagen, lass uns dann einfach mal anfangen. Ich habe es dir auch schon gesagt, also ich denke mal, wir werden nach dem Kampf erstmal kurz mit Team anfangen. Weil du hast mit DBS Broly, hast du einen Charakter, der echt nicht anfängerfreundlich ist. Okay, okay, okay. Das ist halt so eine Sache. Es ist kein super schwerer Charakter, aber für Anfänger, du hast halt drei Charaktere, wo du bei jedem verschiedene Kombos mal lernen musst, verschiedene Spielweisen. Und ich glaube, für den Anfang schauen wir uns danach mal so ein Team, was ein bisschen einfacher ist. Machen wir, alles klar. Also es ist für uns quasi unser erster Kampf, gucken, dass du einschätzen kannst, wie ich so kämpfe, sag ich mal. Genau. Also ich werde mich, auch keine Sorgen, ich werde mich auch ein bisschen zurückhalten, damit ich einfach sehe, wie ist dein Eingriff, wie ist dein Neutral, welche Knöpfe drückst du und so weiter und so fort. Alles klar. Okay. Du hast gerade Team Pink, by the way, wie cool das aussieht. Ja, sicher. Team Pink und Team Waschbrettber auch. Na. So, okay, alles klar. Oh, nice. Also, das war zum Beispiel gedroppt. Ja. Aber, also ich merke gerade eine Sache schon, du drückst sehr viel Dreieck und sehr viel Viereck. Und das nicht ganz, oh. Ist nicht gut, oder wie? Nicht ganz bedacht. Okay. Oh, ja, Mann, geil. Okay. Ich muss sagen, Broly kann ich selber nicht besonders... Hm? Oh, Broly, es kommt so geil aus. Ja, und ich droppst natürlich. Okay. Da ist er zum Beispiel un-safe. Das haben wir ein bisschen zu spät. Ja, das war auch zu spät. Und du kannst auch, also das ist ja, ich merke gerade, du benutzt nicht viele Jump Cancel. Das heißt, so Kleinigkeiten und das war wieder zu spät und ich konnte nicht, ich habe echt... Ja, mein Timing, das muss ich echt üben, weil ich habe das Problem, Raph, mit Steuerkreuz zu spielen auf den PS4s. Also, dass ich da... Ich will nicht mit Analog Stick spielen, die Combo... Äh, die... Die Combo-Schichten. Ja, tue ich aber auch nicht. Ich spiele auch mit Steuerkreuz. Aber... Ich spiele auch gerade mit dem PS4-Controller. Ah, okay, nice. Also, das ist Gewöhnungssache. Ja, genau, schätze ich auch. Denk ich auch auf jeden Fall. So, zum Beispiel, das ist jetzt eine ganz normale Combo mit Boku Black, die ich da auch noch droppe. Dann kannst du am Ende noch ein Level machen. Und das ist wirklich nicht kompliziert, auch wenn es so aussieht. So, und solche Sachen üben wir dann gleich mal. Perfekt. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen treibt. Alles gut, alles gut. Achso, oh Gott, ich dachte, ich wäre Kevlar gerade. Achso. Und ich so, hä? Warum macht sich was anderes? Oh, lol. Nein. What? Das sollte ich nicht... Also, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Aber okay. Ja, ich wollte es eigentlich auch nicht machen, um ehrlich zu sein. Also, eine Sache, die du aber auf jeden Fall schon mal gut machst, du drückst nicht einfach Knöpfe und versuchst irgendwie ranzukommen. Ja. Das heißt, du wartest auch gut ab. Das ist zum Beispiel ein Fehler, den ich nicht... Oder etwas, was ich konzentriert nicht mache. Okay. Aber wenn du die ganze Zeit nur am Abwarten bist... Ja, dann... ist es natürlich... Ja. So, kann ich dich ein bisschen baiten, kann gucken, okay, was machst du? Ich kann jetzt einfach sagen, okay, ich mache einen Dragon Rush, weil ich weiß, dass du blocken wirst und nichts rücken wirst. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Also, das ist schon predictable, ne? Und was du auch dir schon mal angewöhnen kannst, Sparking ist zwar super zu behalten für den letzten, aber wenn du zum Beispiel so viel blaues Leben hast und schon fast am Sterben bist, würde ich dir schon fast empfehlen, das zu benutzen. Ah, Sparking dazu? Ja, ich benutze es zum Beispiel, um den ersten Charakter zu retten, wenn es sein muss. Ah, okay. Weil du kriegst zwar am Ende, kriegst du ja mittlerweile für deinen letzten Charakter kriegst du 10% Schaden und kannst wirklich guten Schaden machen. Oh, nice. Nein. Das war ein bisschen zu spät. Weil ich habe im Kopf quasi so 1-2 Kombos geübt und wenn ich dann die verkack, dann bin ich kurz raus, obwohl ich dann quasi trotzdessen fortführen könnte, zum Beispiel, weil ich gerade auf den Boden geschlagen habe. Genau, da muss man so wissen, wie man was machen kann. Oh, nice. Das passiert mir so oft, dass ich vergesse, auch die richtige Richtung zu blocken. Das tut sich, ja, ja. Okay. Das Timing will ich drauf haben. Das ist echt eine geile Kombo. Aber okay. Gut, ne, aber damit weiß ich schon ziemlich gut, woran wir zuerst arbeiten können. Okay, cool. Und ich würde sagen, wir reden erst einmal kurz über dein Team. Warum würde ich dir ein anderes Team empfehlen? Das ist folgendermaßen. Du hast in Dragon Ball FighterZ hast du so eine grundsätzliche Kombostruktur, womit du die sogenannten Bread and Butter Kombos machen kannst. Also so diese Standard Kombos, mit denen du guten Schaden machst. Du hast jetzt aber mit Kevlar einen Charakter, der einen sehr unterschiedlichen Dreieckschlag hat oder ihr zweiter Viereckschlag, weil die öfters treffen. Ja, genau. Das bedeutet, das Timing, was du lernst, ist bei Kevlar schon anders als bei den Standard-Charakteren. Mit Broly hast du jemanden, der ganz andere Schläge hat, weil du kannst nicht nach unten den Heavy, also den Kreis drücken für diese Standard-BMB-Kombos. Er ist sehr stark auf Würfe angepasst. Seine Kombos erfordern ein bisschen Timing, ein bisschen genaue Eingaben zum Teil. Ja, ich hab's gemerkt, ja. Da müsstest du dich nochmal umgewöhnen und mit Goku Black hast du eigentlich den Charakter, der am einfachsten auch zu lernen ist. Okay, cool, cool. Ich gehe diese Team-Komposition bei dir jetzt gerade ein, wie kannst du es lernen, um sicher zu werden, wie du Kombos machst und solche Sachen. Deswegen würde ich dir empfehlen, lass Kevlar ruhig drinne, weil du sie ja magst. Goku Black kannst du auch drinne lassen, aber deinen zweiten Charakter würde ich dir empfehlen zu wechseln. Okay. Wenn du jetzt sagst, du willst den Easy-Mode lernen, ich nenne es einfach mal so. Also, wir können ja von den Basics anfangen, so von Null auf, weißt du. Ja, ich meine jetzt für dein Team, wenn du wirklich den einfachsten und besten Charakter lernen möchtest, dann ist es Bardock. Oh, nehm ich, nehm ich an, okay. Gut, okay, Bardock nehmen wir rein. Aber wir können auch, um ehrlich zu sagen, Kevlar können wir auch switchen, so ist es nicht. Ich mag es jetzt aber jetzt für die Basics, dass wir die Basics lernen, wenn du sagst, da gibt es einen besseren Charakter, wegen Timing auch. Ja, also, wenn du alle drei nimmst, die gleich gespielt werden, ist es natürlich fürs Lernen einfach. Das wollte ich auch fragen. Mhm, okay, okay, okay. Was ich auch fragen wollte, ist, ob es zum Beispiel so, wenn ein Team besteht aus drei Charakteren, ob es eine Teamkonzentration gibt. Einer ist zum Beispiel schnell mit den Schlägen, einer ist ein bisschen tankier, so wie Broly, ein bisschen größer. Gibt es da so eine... Ja, also du redest, bei Dragon Ball Fighters redest du eigentlich davon, du hast den ersten Charakter, das ist dein Point-Charakter, nennt sich das. Der ist dafür da, Druck aufzubauen. Du sollst den Gegner zum Blocken zwingen, versuchen ihn zu öffnen und einen guten Schaden machen mit den Assists, die im Hintergrund sind. Das heißt, du hast da meistens einen Charakter, der ganz alleine nicht so viel machen kann, der aber sehr stark ist, wenn er Leute hat, die ihm helfen können. Okay. In der Mitte ist es eigentlich dir frei überlassen. Okay. Also nimmt man normalerweise einen, der einen guten Assist hat und so gut ausgeglichen ist. Und am Ende hast du meistens einen Charakter, der von den Mechaniken des Spiels profitiert, weil er der letzte Charakter ist. Das heißt, ein Charakter, der sehr viel Schaden machen kann, der zum Beispiel den Gegner relativ einfach öffnen kann. Man nennt ihn dann Anchor. Ich baue mal ein Team, was genau das zum Beispiel jetzt berücksichtigt. Kevlar ist ein Super-Point-Charakter, also ein Charakter, der gut in der Mitte ist. Und ich spiele aktuell dieses Team. Also ich spiele Kevlar Point, also sie ist dafür da, den Gegner zu öffnen. Ich habe Gogeta in der Mitte, weil Gogeta so ein ausgeglichener Charakter ist, der nichts besonders gut kann, aber alles ganz gut. Das heißt, ob er jetzt vorne in der Mitte ist, das ist egal. Und sein Assist, sein CS-Assist ist ganz nett. Und ich habe Trunks am Ende. Trunks ist mit Sparking sehr gefährlich, also bei mir noch nicht. Aber wenn jemand den spielen kann, kann er den Gegner sehr gut öffnen, ihn sehr gut verwirren. Das wäre so eine typische Team-Komposition. Das Team, was du dir gerade gebaut hast zum Beispiel, als Beispiel. Du hast Bardock. Bardock ist Super-Point. Das heißt, der ist sehr aggressiv, immer kannst du gut Druck mit aufbauen. Dann hast du Goku Black. Goku Black kannst du immer als Zweiter oder Dritter spielen, weil er so ein Kamehameha als Assist hat, was super ist. Ich würde aber... Vegeto als ganz letzter Charakter ist eigentlich ganz schlecht, weil Vegeto alleine den Gegner nicht öffnen kann. Okay. Du hast nur einen Schlag, der tief trifft. Das heißt, der Gegner braucht nur einmal im Ducken blocken und danach kann er eigentlich die ganze Zeit im Stehen blocken, weil du ihn nicht unten angreifen kannst in einem normalen Combo-String. Das heißt, die Kartakten, die du hintereinander machen kannst. Wenn du Vegeto aber an zweiter Stelle machen würdest, könnte es zum Beispiel schon funktionieren. Okay. Also, Vegeto ist einfach nur so genommen. Würdest du zum Beispiel einen Charakter geben, den du empfehlen könntest an dritter Stelle für einen Anfänger, sage ich mal, oder für jemanden, der das Spiel lernen möchte? Für jemanden, der das Spiel lernen möchte. Letzter Charakter, Super Saiyan Vegeta. Jawohl, das hör ich doch gerne. Weil der ist sehr einfach zu spielen und extrem stark, auch immer noch seit Anfang des Spiels, ein sehr, sehr guter Charakter. Okay. Gut, dann baue ich mal dein Team nach und jetzt zeige ich dir mal erstmal so ein paar Grundlagen. Also, woran du schon mal arbeiten kannst, weil eins der großen Sachen, die du bei Dragon Ball Fighters bedenken musst, ist Bewegung. Es geht erst einmal, also in diesem Video nenne ich das einfach mal von uns, geht es nicht jetzt krass darum, wie mache ich die krassesten Kombos, sondern wie bewegst du dich und wie blockst du. Das ist so das Erste, woran du arbeiten solltest. Und du machst das schon relativ gut. Es gibt eine Sache, die ich dir, oder zwei Sachen, die ich dir zeigen möchte, die dir noch ein bisschen weiterhelfen. Okay, ich bin rechts. Alles klar. Also, das Erste ist das hier. Das, was ich gerade mache, dieses schnell nach vorne, schnell nach hinten, das nennt man Instant Erde. Das machst du, indem du zweimal schräg nach oben drückst, hintereinander. Oder du drückst einmal schräg nach oben und während du in der Luft bist, drückst du R2. R2? Also, R2. Nein, schräg nach oben und dann R2. Und schräg nach oben gedrückt halt. Ah, ok, ok, ok. Weil das ist die einfachere Möglichkeit, das zu machen. Ja, das ist doch echt einfach. Während das durch die Eingaben, das kannst du auch nach hinten machen. Das ist einfach so eine sehr schnelle Bewegung. Relativ schnell auf den Gegner zukommst. Das passiert mir auch. Das kommt ein bisschen mit der Übung. Du musst schräg nach oben gedrückt halten und dann echt. Und das solltest du erstmal im Trainingsmodus üben, bis es dir sehr leicht fällt. Warum? Du kannst super schnell von oben angreifen. Weißt du, der Gegner ist im Ducken an der Ecke zum Beispiel. Und dann gehst du, ok, zack, 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 zack. Und das musst du lernen. Weil dadurch wirst du einfach ein bisschen unberechenbarer. Und diese Bewegung, die solltest du definitiv üben. Okay, okay. Das ist nice. So, und jetzt kommen wir zu was anderem. Ähm, greife ich mich mal an. Jo. Das hier ist ein Guard Cancel. Das rettet dir in der Ecke teilweise den Arsch. Oh, okay, okay. Weißt du, wie man das macht? Nee. Okay, das ist an sich, das befordert ein bisschen Übung. Das ist eine Verteidigungsmechanik. Greife ich mich nochmal an? Ja. Es kostet dich einen Meter. Du kannst aber, während der Gegner dich angreift, den Charakter wechseln. Und jetzt, ähm, erklär ich dir mal. Also, während ich dich angreife, ich werde dich im Block machen. Einfach im Stehen. Ja. Im Stehen. Ja. Also, ich werde dich jetzt einfach nur im Stehen angreifen. Und während mein Schlag dich trifft, musst du nach vorne und den Assist-Knopf drücken. Von der Person, die du reinbringen möchtest. Aber während du blockst. Okay. Okay? Ja. Okay, wir probieren das mal. Warte mal, nochmal. Wunderbar. Nochmal. Das wusste ich gar nicht. Jop. Ah, genau. Das hat nicht geklappt. Ja. Okay, und jetzt machen wir das nochmal. Ich will gerade nämlich was anderes ausprobieren. Alles klar. Ah, verdammt, hat ein Pass. Nochmal. Kannst kontern, ob ich? Ja, ich kann es eben kontern. Okay. Wenn ich weiß, wann du es machen wirst, kann ich es bestrafen. Ah. Was ich damit nur sagen möchte ist, also wenn ich es blocke, dann bist du super offen. Das heißt, du kannst es nicht immer wieder machen, weil dann wird der Gegner irgendwann wissen, ah okay, sobald ich ein paar Mal zuschlage, wird er das machen. Genau. Und ja, okay, dann haben wir diese zwei Sachen sind so ein paar Sachen, in denen du dich schon mal gewinnen kannst. So, jetzt kommen wir zum Blocken im Allgemeinen. Wir haben noch 90 Sekunden für in diesem Match. Also, du weißt ja, du musst im Ducken blocken, wenn ich dich tief angreife. Ja. Und wenn ich dich von oben angreife, musst du ja im Stehen blocken. So, und alle anderen, diese mittleren Schläge, die kannst du einfach im Stehen oder im Ducken blocken. Okay. Das heißt, wenn ich dich jetzt im Combo-String habe. Ja. So, von wo greife ich an? Ja, ja. Das ist eben. Und du kannst dir eine Sache merken. Wir üben Blockstrings jetzt. Okay. Du kannst mit zwei Mal Vierck machst du zwei leichte Schläge. Danach kannst du zu zwei mittleren Schlägen rüber gehen. Und du kannst immer selber bestimmen, okay, von wo greife ich an? Also, du kannst immer zweimal Vierck machen und einmal Dreieck. Das heißt, die greifen alle in der Mitte an. Danach kannst du unten ein Dreieck machen, also würdest du tief angreifen, oder nach vorne ein Dreieck. Dann machst du so ein Universal Overhead, nennt sich das. Der wird immer von oben treffen. Da kannst du aber keine Combo machen. Wenn du aber, Block mal eben kurz, nee, warte mal, wir wechseln dich mal kurz aus. Wenn ich von oben angreife, das hier, und du nicht blockst, Block mal kurz im Sitzen, also tief. Ja. Ich kann keine Combo danach machen. Du kannst, du kannst weiter blocken. Aber, wenn ich jetzt zum Beispiel so mache, und einen Assist raushole, kann man nicht halt danach eine Combo machen. So, und das hier, ich weiß nicht, ob du das kennst. Warte. Das Auswechseln. Das, das weißt du, wie es geht. Ja. Okay, gut. Dann, äh, war es das erstmal, das dafür. Wow, okay, okay, cool. Gut, dann machen wir nochmal kurz Rematch. Jo. Äh, und dann noch einmal kurz, äh, ein paar weitere Grundlagen, und dann würde es halt im nächsten Video ein bisschen darum gehen, wie du die Combos aufbaust. Alles. Also, das nächste, wenn du sein Team ausgesucht hast, du hast jetzt Bardock, Goku Black und Vegeta. Ja. Äh, bleib mal kurz stehen. Jo. Äh, äh, so. Wie weit treffend deine Angriffe, das solltest du dir mal angucken, weil dann kannst du immer, zum Beispiel, ups, das wollte ich jetzt gar nicht machen, so, das hier hat eine gute Reichweite, das hier hat eine wenige Reichweite, das ist nach unten und Vierheck, das ist nach unten und Dreieck, na, dass man einfach guckt, wenn ich jetzt Goku Black reinhole, zum Beispiel. Das ist bei jedem Art ungetragt, wie anders, ne? Ja, eben, jeder hat, ähm, andere Reichweiten für seinen normalen Schläge. Goku Black zum Beispiel nach unten und den schweren Schlag, das hat die größte Reichweite von fast allen, das heißt, dass du damit echt, echt unerwartet treffen kannst. Das musst du dir mal einfach beim Team angucken, wie weit greifen meine, ähm, meine Angriffe, was für Spezialattacken habe ich, ne, wie Goku Black, der hat seinen Teleport, der hat seinen, seinen Divekick, ähm, den hier, das heißt, relativ viel, was man machen kann. Dann, das Zweite, was relativ wichtig ist, du willst ja entweder, du willst den Gegner ja durcheinander bringen, das nennt man ja Mixup. Ja. Du willst entweder tief treffen, also, aber das hier, tift nicht, äh, äh, block mal im stehen, das ist nach unten und Viereck, aber es trifft nicht tief, das heißt, ich habe nur nach unten und, äh, Dreieck mit Goku Black, was tief trifft, das heißt, es ist eine Möglichkeiten, dich zu verwirren, ob er von oben oder von unten angreift, sind relativ gering, weil sobald er das einmal gemacht hat, während er dich angreift, weißt du, ab jetzt kann er mich nicht mehr tief treffen, weil er keine andere Attacke hat. Anders ist es bei Bardock und bei Vegeta. Vegeta, mit 2x4 Eck unten, äh, Block mal, äh, stehen, kurz. Trifft tief, nach unten und 3, äh, trifft auch tief, ähm, das heißt, er hat ein paar Attacken, die tief treffen und guckt ihr, und du musst mal die ganze Zeit gucken, okay, wie mache ich das? Okay, okay, okay. So, und immer abwarten, und jetzt der letzte Punkt, ne, wenn du weißt, okay, wie treffen meine Attacken, was kann mein Charakter so alles, kommen wir zum letzten Punkt, und das ist Neutral. Neutral, sagt dir der Begriff was? Ähm, ne, jein. Okay, Neutral wirst du relativ oft hören, wenn du irgendwelche Combo, ähm, ähm, ja, Tutorials oder sowas, ähm, die anschaust. Neutral heißt einfach nur, was machen wir, bevor wir uns schlagen? Dieses Rumspringen, äh, Keyattacken rausschicken. Es geht darum, äh, im Neutral geht's darum, sicher an den Gegner zu kommen und sicher den Gegner zu öffnen oder in so einen Combo-String oder Block-String, das heißt, dass ich dich zum Blocken zwinge, zu bringen. Du hast den Superdash, du hast eine Key-Attacken mit den Duel, okay, ja, der wird jetzt Superdashen, was kann ich machen? Ja. Superdash noch mal? Okay. Ja, dieses Superdash ist so predictable, das sollte man nicht so oft machen. Ja. Besonders nicht vom Fullscreen, also, weil das, darauf kann ich reagieren. Ja, stimmt. Selbst wenn ich nicht weiß, dass du Superdash, wenn ich sehe und ich drück' nach unten im Kreis, werde ich dich bestrafen. Ja, ja. Deswegen also eher so, okay, rangehen, okay, der Gegner wird jetzt nicht Superdashen, okay, ich hab' ein paar Key-Blasts, ich kann aus dem Vanish vielleicht konfirmen, ich kann danach das hier machen. Okay, 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 okay. Oh, ah, schade. Gut. Ähm, also, dieses Neutral üben relativ wichtig. Und das Letzte, für dieses Video vielleicht, DH-Scene, das heißt, von einer Super zu anderen des Gegners, äh, deines Teams wechseln. Das weißt du, wie es geht, ne? Weißt du, wie du von einer Level 1, also Viertelkreis nach vorne und in den Angriffspunkt, genau, zu einer Level 3 gehst? Ja. Quasi in die entgegengesetzte Richtung dann. Ja, genau. Und dann... Weißt du, dass du auch das hier machen kannst? Warte mal, ich bin mit Vegeta jetzt nicht besonders gut. Hm. Danke. Äh. Was jetzt machen? Soll ich mich schützen? Naja, alles gut. Oh Gott, ich hab mit Vegeta ewig nicht gespielt. Ja. Das hier. Das hier. Da sich aus einer normalen Attacke von Vegeta, also, äh, von meinem Charakter, kannst du zum Super wechseln. Und das ist auch super einfach, wenn du die Kombo machst, du wirst wahrscheinlich nur Viertelkreis drücken, also machen wir das mal ganz kurz. Ja, okay. Genau. Vier-Eck, 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 vier-Eck. Runter. Ach, so meinst du's? Ja, Logo, okay. Genau. Und während der letzte Schlag von Bardock in der Luft trifft, machst du einen Halbkreis in die Richtung des Gegners und drückst die Assist-Taste. Also das heißt zum Beispiel, warte mal kurz, zack. Zack, zack. Jetzt Halbkreis. Halbkreis? Ja. Okay. Halbkreis nach vorne. Probier das mal ganz kurz. Beim letzten Vier-Eck-Schlag. Also Halbkreis nach vorne und die Assist-Taste von denen, den du reinbringen musstest. Also in deinem Fall Vegeta. Ah. Okay, okay, okay. Ah! Nein, das waren alle Knöpfe, aber nicht der. Was bewirkt der Halbkreis nach vorne dann? Dass er direkt reinkommt mit seiner Super-Attacke. Ah. Das heißt, dass du eben selber keine Super-Attacke mit deinem eigentlichen Charakter machen musst, um ihn reinzuholen mit einer Super-Attacke. Das ist wichtig, wenn du zum Beispiel nur einen Meter hast und du möchtest ihn unbedingt wechseln. Dann kannst du wechseln und trotzdem Schaden machen. Aber ich würde sagen, das gehen wir im nächsten Video, wenn es dann um Kombos geht, ein bisschen mehr an. Genau. Und ja, ich glaube, das ist für das erste Video schon genug Infos, oder? Ja, ja, war auf jeden Fall gut. War auf jeden Fall gut. Da muss man eben sich antrainieren. Lasst uns gerne wissen, wie ihr das Ganze gefunden habt. Beziehungsweise werden wir jetzt so folgendermaßen vorfahren. Ein Trainingsvideo wird es quasi bei mir auf dem Kanal geben und das nächste jetzt mit den Kombos bei Rev. Und so machen wir das Ganze dann, wenn es bei euch gut ankommt. Und der eine oder andere kann auf jeden Fall dann hoffentlich was mitnehmen. Aber lasst uns gerne wissen, wie ihr das Ganze gefunden habt. Hast du abschließend noch was zu sagen, Rev? Äh, nein. Aber ich freue mich sehr darauf zu sehen, wie gut du wirst. Eben die Entwicklung. Darauf bin ich auf jeden Fall auch drauf gespannt. Und vielen Dank für das Angebot. War auf jeden Fall nice. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns eben im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Peace. Bis zum nächsten Mal.